Herzlich willkommen bei der Wortmann AG. Alle reden vom Notebook, wir reden vom Ultrabook. Ultraflach, ultraleicht, zwei Kilo Äpfel sind schwerer als die 1,6 Kilo von unserem Ultrabook und ultrastabil. Oben Aluminium, unten drunter Aluminium-Magnesium-Legierung, das Ganze sehr robust mit Windows 7 oder das neueste Betriebssystem Windows 8. Für Windows 8 ist das Gerät mit einem Multi-Touch-Pad ausgestattet, das es erlaubt mit mehreren Fingern innerhalb der Anwendung zu navigieren. Die Rapid-Start-Technologie von Intel lässt das Gerät innerhalb von vier Sekunden in der gewünschten Anwendung starten, wenn Sie jetzt aus dem heruntergefahrenen Zustand nach oben fahren, innerhalb von sieben Sekunden. Das erlaubt es in Besprechung schnellstmöglich dabei zu sein. Möglich machen das CPUs i3, i5, i7 der neuesten Generation von Intel. Das Ultrabook hat wegen seines geringen Stromverbrauchs eine Akkulaufzeit, die für einen gesamten Arbeitstag reicht. Das sind mehr als sieben Stunden. Ein Ultrabook von Terra wird auch nicht so schnell geklaut. Es hat die Anti-Safe-Technologie drauf, was bedeutet, dass Sie über das Web nachvollziehen können, wo sich Ihr inzwischen abhandengekommenes Notebook befindet und gleichzeitig auch das Notebook stilllegen können. Der Dieb hat nichts davon. Das Ultrabook hat verschiedene Anschlüsse, VGA und HDMI. Das heißt, wenn Sie irgendwo auf einen Beamer treffen, können Sie auch noch den VGA-Anschluss benutzen. Es hat einen SD-Karten-Slot, USB 3.0, die schnellen USB-Anschlüsse, Bluetooth eingebaut, WLAN eingebaut und einen LAN-Anschluss, den Sie direkt ohne Adapter verwenden können. Ultrabook, eine Idee von Intel. Aber das hier ist eine Idee von Wortmann. Das Ultrabook mit einer Lasertechnik zu individualisieren. Wir können Ihren Schriftzug, Ihr Logo oder Ihr Firmengebäude darauf abbilden. Unser persönlicher Diebstahlschutz. Ja, und für den Transport des Geräts haben wir natürlich auch etwas Schönes. Eine sehr schöne, edle Tasche, in der das Ultrabook exakt verschwindet. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir sehen uns. Ultrabook, eine Idee von Intel.